So Leute, ich habe dieses Haus jetzt schon öfters gemacht. Ihr seht es aus Schnippschreibung. Es gibt einen Boxtopper. Das sind immer sehr sehr kurze Videos und sie sind auch nicht sehr beliebt, aber ich habe die ganzen Boxtopper hier rumliegen von den ganzen Sachen, die ich gekauft habe, weil ich mich nie getraut habe, die aufzumachen. Und ja, jetzt traue ich mich halt mal für das Video, falls es wirklich noch jemand interessiert, was da so drin war oder was da drin ist, falls sich noch jemand ein Display von Zendikas Erneuerung holen möchte. So, gucken wir uns mal an. Einer war immer in den normalen Displays drin und in den Setboostern, die es da gab und zwei waren in dem Collectorsbooster drin. Das Value von denen war schon ziemlich cool, aber es ist auch eine riesen Range an Karten, die man kriegen kann. Und deshalb gucken wir uns mal an, welche Karte wir kriegen. Wir kriegen Luxussuite. What? Die Karte heißt einfach Luxussuite. Mein Gott, die hat einen wunderschönen Rand. Willkommen getappt ins Spiel, falls ihr nicht mehr als zwei, weil es ihr nicht, es sei denn, ihr habt zwei oder mehr Gegner. Die Karte, wow. Okay. Ja, normalerweise rede ich noch ein bisschen darüber, aber dieses Mal, was ich cool finde, ich weiß nicht, ob ich das da kriege. Seht ihr das? Dieser Rand hier? Das tut mir jetzt leid für eure Augen. Der ist wirklich komplett schön abgeschrägt. Das ist schon cool. Das ich mag die Karten tatsächlich. Gut. Wir sehen uns wohl nächstes Mal. Bis dahin, haben wir es jetzt. Ciao, ciao.